hallo freunde und willkommen in diesem video will ich euch zeigen wie wir uns schnell eine image datei auch iso datei genannt ja erstellen können eine iso datei ist einfach eine 1 zu 1 kopie von einem dvd oder cd die dann eben auf unsere platte gespeichert ist sei es für backup zwecke oder vielleicht um diesen dann in einen virtuellen laufwerk einzubinden oder warum auch immer und zwar gibt es da natürlich auch einige tools und wege ich brauche mal jetzt hier nein genau ich will euch eins davon zeigen heute was auch kostenlos ist das tool heißt image burn ich habe das jetzt gerade hier installiert das geht ratzfratz heruntergeladen hatte ich schon das ist jetzt hier auch die offizielle genau webseite hier einfach in den download bereich hier und ja hier haben wir die möglichkeit das herunterzuladen es unterstützt auch einige sprachen hier den link findet ihr aber unter dem video bei interesse ich schließe das jetzt einfach mal und genau das programm ist jetzt installiert also image burn heißt das einfach starten und ja das sieht hier so aus hier haben wir ein paar optionen genau hier haben wir auch die möglichkeit erst mal zu überprüfen ob alle daten vom disk auch ausgelesen werden können ich lasse das jetzt einfach mal sein ich schließe das jetzt ok und genau das ist jetzt unsere option die uns gerade interessiert heute mensch weil du dies klicken auch andersrum hier create image file from disk einfach drauf klicken und hier die source hier unsere laufwerk wo unsere cd oder dvd eingesteckt ist auswählen in meinem fall ist das hier laufwerk einfach auf hier klicken ja image create oder read und schon geht es los das dauert jetzt natürlich je nachdem wie groß unsere disk ist das wird jetzt hier gespeichert oder ich bin jetzt ein bisschen da habe ich ein laufwerk hier achtet sache ok alles klar genau das ist jetzt hier der ort wo wir das daher finden unsere iso ja im prinzip war das auch schon alles was ich euch jetzt schnell zeigen wollte ich denke ich mache jetzt hier erst mal schluss an das wird jetzt hier ein bisschen dauern ein paar minuten genau ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen abonnieren nicht vergessen wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal